Denver Beast, John Collins John Collins, bei uns zuletzt berühmt und bekannt als Denver Clan Beast, kam heute direkt aus London zum ersten Mal auf ein Wiener Operball. Guten Abend, Frau Collins. Hallo, ich bin auch hier. Wunderbar. Wie liebst du den Operball so far? Es ist das größte unglaubliche und stilte Sache, das ich nie gesehen habe. Ich habe nie so viele schöne junge Leute gesehen, die nicht so brillant sind. Und der ganze Stil und Eleganz ist zurück in eine goldene Zeit, die nicht mehr existiert ist. Ich muss noch übersetzen, meine Frage war, was sind die ersten Eindrücke vom Obermal? Und Miss Collins meinte, sie hatten sowas überhaupt noch nicht gesehen. Es ist wie ein Schritt zurück in das goldene Zeitalter, die schönen Menschen, das schöne Ambiente und es gefällt ihr ausgezeichnet. Is there anything similar in England or in the United States? Nein, es ist wirklich schade. Es ist nichts wie das, überhaupt. Das ist warum ich so interessiert in kommen, weil Christian Jungblatt hat mich für viele Jahre jetzt gefragt, um zu kommen zur Operball. Einige Leute, die ich kenne, haben gesagt, es ist absolut unglaublich, es ist ein Event, das man nicht mehr sehen kann. Ich weiß, dass es nichts wie das in England ist. Ich glaube, es ist nichts wie das in Amerika. Ich muss wieder übersetzen, auf meine Frage, gibt es etwas Ähnliches in England oder in Amerika? Meinte Miss Collins, nein, es gibt nichts. Sie ist schon oft gefragt worden, ob sie zum Obermal kommen möchte. Endlich hat sie es geschafft. Es gibt weder in England noch in Amerika irgendetwas Vergleichbares zum Wiener Obermal. Eine weitere Frage. Since you know Hollywood by heart, would you prefer to go to a Hollywood film party or to come to the Viennese Opera Ball? I have to translate, I'm sorry. Ich habe gefragt, würde sie es vorziehen auf eine große Hollywood film party zu gehen oder den Wiener Obermal zu besuchen. Well? Well, at a Hollywood film party you see more movie stars, but here you see more elegantly dressed men and women. Und die Antwort? In Hollywood sieht man mehr film stars, aber hier sieht man viel eleganter gekleidete Männer und Frauen. And the last question of the last question of the last question of the last question of the you're leaving tomorrow for London again. What are your next plans? I'm, as you know, I signed my work today at the Lutner Plaza and I'm finishing off my next book and I'm doing a miniseries and a movie for television and a film. Auf meine Frage, Frau Collins fährt morgen schon wieder zurück nach London, was ihre nächsten Pläne sind. Beide sie, sie wird wieder an einem Buch arbeiten, wird in einer Fernseh-Miniserie mitarbeiten und einen Film drehen. Miss Collins, thank you very much and I wish you all the fun in the world for the coming night. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.